Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 mit Fortuna Düsseldorf und mir ist Trainer MD Mosmitz. So, wir haben drei Nachrichten. Pressekonferenz haben wir hier schon wieder gegen Leverkusen. Da motivieren wir unsere Leute schon mal. 125.000 mehr Transferbudget, super. Aber auf jeden Fall, ich habe Ihnen ja gesagt, dass es eine gute Idee ist, mich heute spielen zu lassen, Trainer. Das war ein wichtiger Sieg für uns. Das auf jeden Fall. Wir sind im DFB-Pokal schon mal eine Runde weiter. Und heute wird es ein Spitzenspiel gegen Leverkusen. Erster gegen Zweiter. Das ist natürlich schon geil. Fanshop spielt heute nicht. Da kommt Bebu. Wo ist Bebu? Bebu ist da. Bebu kann heute von Anfang an spielen. So, ich muss hier den ganzen Kader wieder umstellen. So, Lamberts kommt wieder auf seine Position hier. Lindl. ZDM. ZDM. ZDM brauche ich. Fernandes brauche ich jetzt nicht spielen lassen von Anfang an. Das wäre ein Blödsinn. Seidel. Ich könnte Seidel wieder spielen lassen. So, rechtes Mittelfeld. Kommt Halloran rein. So, Bellinghausen muss sich auch mal wieder auf die Bank bequemen. Zum Glück haben wir zwei gute Teams. Oder zwei gute Möglichkeiten hier die Mannschaft auch zu stellen. Vielleicht sogar mehr. Bonschek darf wieder. Gegen Bromhäuser kommt... Janka kommt. Ähm... Schmitz... Kommt für Schmitgal. Schauer, der kommt raus. Rechtsverteidiger. Kapuz. Ich habe null Kapuz noch als Rechtsverteidiger. Immer her damit. So, dann haben wir die Mannschaft wieder voller Kräften. Das ist schön. So, und die speichert man so. Und dann motivieren wir... Ja, hoffentlich klappt die Motivationskurve. Dass wir hier im heimischen Stadion Leverkusen einen draufgeben können. Natürlich können wir dann... Haben wir dann ein paar Punkte mehr. So, Flanken. Okay. Das ist sowieso nicht mein Steckenpferd. Huch. Der war... Beinahe ein Torschuss. Ah, komm. An Pfosten. Mein ewiges Leben. So. Schön getroffen. Na. Oh, drüber. Das gibt es doch nicht. Huch. Der war da schon drin. Mensch. Was war denn das jetzt für ein Ding? Ach komm, Scheiß drauf. Hoffe, er ist nicht zum Flanken geeignet. Zumindest nicht so gut. So, das Top-Spiel heute. In Leverkusen zeigen wir es. Hoffentlich. Bebou. Läuft hier gleich mal schön. No, schade. No, schade. Leverkusen kann dagegen halten. Hofer gleich mal wieder mit Druck an den Ball. So, das wäre für beide Mannschaften ein wichtiger Sieg. So, wir sind aber in der Liga immer noch ungeschlagen. Die Leverkusen haben schon einmal verloren. Au, komm schon. Na, da komme ich nicht hin an den Ball. So, komm schon. Immer ran an den Feind. Sauber. Lambert. Schöner Kampf von ihm. Seidel darf da auch mal mithelfen. Oh, was? Ich lasse die Leverkusen zu stark hier durch. Aber unterstrahl hält das Ding. Fest. Fest in den Händen. Sauber. Lambert. Jetzt schnell machen. Hofer. So, Hofer immer noch. Kommt hier jemand zum Helfen? Hallo, Aran. Hallo, Aran. Hilf. Flanke kommt. Ah, Bebou kommt da nicht hin. Der Verteidiger steht da günstig. Ich kann da den Ball verhindern, dass er reingeht. Das ist natürlich schon mal großartig. Die Grätsche geht ins Leere. Der linke Flügel ist frei. Da können sie schon mal durchgehen. Ei, ei, ei. Oh, gerade noch in den Schuss geworfen und dann gleich mal geklärt. Wunderbar. So, Hofer kommt da nicht hin. Sauber. Und nach vorn mit dem Ding. Bebou steht da schon mal bereit. Bebou. Bringt die Flanke. Aber da steht nicht richtig jemand in der Mitte. So, Bebou. Hol sich da den Ball. Ah, schade. Oh, Schade. Hoffa. Bebou. Ah, Schade. Der war ein bisschen zu steil für Hoffa. Ein bisschen zu steil. Schade. Zu steil und zu scharf geschossen. So, das ist natürlich eine Partie auf Augenhöhe. Die wird es auch bleiben, glaube ich. Da werden nicht viele Tore entscheiden über diesen Sieg oder eine Niederlage. Zum Glück geht der weit drüber. Oh, der Stahl darf hier wieder einen weiten Ball machen. Kopfball. Sauber. Seidel. Bebou. Bebou auf Haloran, der sich hier schön freigelaufen hat. Ah, Hoffa daneben. Mensch. Junge, ein bisschen abgeklärter. Wenn du das Ding da reinbringst, ist alles super. 22 Minuten gespielt. Immer noch 0 zu 0. Aber klar, bei so einer Top-Partie. Erster gegen Zweiten. So, komm. Weiter Ball. Kopfball-Duell. Nein. Lett war nix. So, komm schon. Ran. Lamberts. Haloran. Wbou, komm. Faulspiel. Von Bebou. Naja. Hätte ja nicht unbedingt sein müssen. So, den Gegner nicht unterschätzen. Immer rauf, wenn er hier den Ball hat. So, nicht die Lücken hier lassen. Sauber. Kapuzt. So, und Umschaltspiel. Nach vorne wieder. Bebou. Der ist schnell. Aber nicht schnell genug. Schade. Einwurf für uns. So, nimm den Ball. So, Ball kommt in die Mitte. Keiner kommt hin. Außer der Verteidiger von Leverkusen. Mensch. Das ist ja... Das ist ja nicht feierlich. Sauber. Gut gemacht. Ab nach vorn mit dem Ding. Oh, so nicht. Meine Anzeigen fehlen hier unten schon wieder. Zum Glück habe ich die Minimap zumindest. Na, das ist doch... Das ist doch zum Kinderkriegen. Was soll der Scheiß? So, Leverkusen mit großen Schritten auf unser Tor zu. Können wir aber abfangen. Sauber. Schöner Pass. Bebou. Aha. So, komm. Faulspiel. Wird hier endlich mal gepfiffen. Ja, der ist schon wieder für den Arsch, der Freistoß. Mache ihn niedrig hier rein. Bebou. Oh. Na. Ich komme da nicht durch. Die Leverkusener stehen gut. Oh, da lässt er mich hier aussteigen. Und wie er mich hier aussteigen lässt. Wie wenn ich in einem Busch sitzen würde, lässt er mich aussteigen. So, Leverkusen über den linken Flügel. Was machen sie draus? Können sie was draus machen? Oh, ja. In der Ecke haben sie draus gemacht. Und was für eine Ecke. Drei Leute schniefen sich wieder gleichzeitig in den Arm. Son. Mit dem Ball. Am Fuß. Ball kommt. Nicht gut genug. Aha. Dann kriege ich den Pass hier neben nach vorn. Na, komm schon. Sauber. Bebou steht da. Gold richtig. So, komm. Oh, nee. Dann wird der von der Linie noch gekratzt. Schade. Haben sie aufgepasst. Mann, und ich leg mich ihm zu Füßen. Aber den Ball kriege ich trotzdem. So, Foulspiel. Das war bösartig. Der Ball war lang weg. Aber nur eine gelbe. Vier Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. So, Bonczek macht hier den Ball. Alter. Das gibt's doch nicht. Super. So, raus auf den Flügel. Aber na, der kam wieder nicht an. Die Gekontenpässe in die Spitze. Die fehlen noch. Die müssen hier endlich mal reinkommen. Weil die echt, ja, wichtig wären. Aber das funktioniert momentan noch nicht. So, zweite Halbzeit. Jetzt geht's aber los. So, komm schon. Sauber. Schön abgenommen. Hofer. Lässt hier schon mal den Gegner aussteigen. Lässt noch jemanden aussteigen. Schickt Bebu. Aber... Leno hält den. Leno hält den einfach mal. Den wirft er auch nur aus. Leno, der wird Hardcore. Weiß ich jetzt schon. Vom Ultimate Team her. Vor allem, wenn der noch ein bisschen stärker geworden ist. Bei denen. Dann ist natürlich schlecht angesagt. Alter. Komm. Und kein Foulspiel. Wirklich. Willst du mich verarschen, Schiri? So, aber den Ball habe ich. Schulz. Leider im Abseits. Das kann ich einfach mal draufziehen. Ich bin scheiß drauf. War aber eine gute Aktion. Schön freigelaufen von Hofer wieder. Er kann sowas. Kopfball. So. Hofer. Dann kriegt der Leverkusener ganz einfach den Ball. Na. Kriege ich den auch mal wieder. Super. Schieße ich meinen Gegner an. Das ist natürlich nicht so vom Vorteil. So, Bebou wird geschickt. Bebou wird geschickt. Ah, komm ey. Ich komme da nicht durch. Selbst mit den langen Bällen wird das nichts. Aber Schulz kann echt gut. Gute, weite Bälle machen. Na, jetzt mache ich hier ein Foulspiel. Das zwar noch nicht geahndet wird. Aber. Auch schon wieder vorbei ist. So, die Lichtwechsel in dem Stadion sind ein bisschen kacke. Boah. Und der Stadion hält den. Ich will hier nicht mit einem Unentschieden hier rausgehen. Das wäre wichtig, wenn ich die drei Punkte Distanz endlich mal hier zusammen bekomme. Noch mehr Distanz. So, Schulz. Schulz. Ah, den kann er nicht versenken. Schade. Aber gute Aktion von ihm. Jetzt natürlich wieder auf den Posten kommen. Lamberts hilft damit aus. So. So, nochmal zu Schulz. Bebou läuft da in der Mitte. Ah, kann ihn nicht anständig annehmen. Und Leno wirft sich drauf auf diese Granate. So, den macht er weit. Kopfballduell. Nee, kommt man nicht hin. Boah, der war gefährlich. So, und ich muss mal hier den Kader ein bisschen umstellen. Bebou macht eigentlich ein gutes Spiel. Aber ich brauche hier nochmal Verstärkung. Fernandes darf hier für Seidel kommen. Und. Ich bräuchte in der Verteidigung auch noch was. Schau, hat er da für Kapuz kommen. So, und dann sage ich fortsetzen. So, Schulz. Setz dich schön durch. Komm. Ah, schade. Na, da kommen wir wieder nicht hin. Verteidiger passt auf. Leverkusen jetzt im Konter-Modus. Jetzt im Konter-Modus. Was machen sie? Sie laufen raus auf den Flügel. Okay. Und ziehen dann doch wieder rein. Oh, schöner Schuss. Aber Unterstahl hält den. Den hält der einfach mal. Hoffa. Ah, legt sich den Ball zu weit vor. So, wird das natürlich nichts. Oh, weit vorbei. Jetzt wird gewechselt. Jetzt wird gewechselt. Benchob kommt. So. Und jetzt Schmitz. Schulz. Einwurf. So, komm schon. Werf ich lieber mal zurück. So, komm schon. Ah, der ist zu nah am Torwart ran. So, ein bisschen offensiver wäre geil. Probieren kann man es ja mal. Die letzten 15 Minuten sind angebrochen. So, Lamberts. Gibt ihn in die Mitte zu Hoffa. Der zu Benchob. Aber Benchob kommt da an den Ball nicht hin. Mensch. War ein guter Pass. Ein guter Versuch. Leno treibt seine Leute hier nach vorn. So, Schulz. Hoffa. Benchob. Komm. Benchob dreht sich hier schön. Ah, zur Ecke geklärt. Es gibt es nicht. Das Tor wie vernagelt. Was ist jetzt? Jetzt wird noch gewechselt in dem Moment, wo ich ausführen will. So, Schulz bringt den Ball hier rein. Aber leider nichts. Abstoß. Schade. So, weiter Ball. Kopfball-Duell. Nee. Haben wir nicht hier hinbekommen. So, Leverkusen im Ball besitzen. Nur noch acht Minuten zu spielen. Beide Mannschaften wollen einfach den Sieg hier. Leverkusen, dass sie wieder rankommen. Düsseldorf natürlich, um hier noch mehrere, ähm, klarere Fronten zu schaffen. So, komm schon. Na, an den Ball ran. Ah, Unterstahl hält das Ding. Mensch. Geile Scheiße. Ecke. Für Leverkusen. So, weg damit. So, Schulz. Na, kommt da jemand? So, hallo ran. Oh. Entscheidend gestört worden. Entscheidend gestört worden. Wohlscheide hat sich vom Gegner verletzt. Leno wieder mit einem weiten Ball. Kopfball. Nee, da kann man nicht, so kann man nicht durch. Kein Foulspiel. Ab nach vorn damit. Benchop. Benchop. Drin ist er. 1-0 in der 90. Minute. Wart wird Freuden-Schuss aus nem schönen Konter raus. Steht der Junge einfach mal richtig. Und kann sich hier durchlaufen durch die Verteidigung. Und da, ja, der Verteidiger einfach chancenlos. Dann in diesem Moment. Wunderbar. 1-0. Was für ein Aufschrei von den Fans. Und natürlich von mir auch. Oh, scheiße. Jetzt natürlich aufpassen. Nicht, dass wir hier gleich das Gegentor kassieren. Es wäre natürlich übelst mies. So, Unterstahl. Wirf dich drauf. So, weg damit. Oh, schade. Der kam nicht an. Aber wir gewinnen 1-0 gegen Leverkusen. Wieder sehr, sehr, sehr wichtige drei Punkte für uns. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei. Und bis dahin. Ciao.